Happy Mittwoch, meine kleinen Freunde der Schlagermusik. Ich habe es euch versprochen, es geht direkt weiter mit dem neuen Rivala's Me Sortiments Update und heute mit Produkten, bei denen ich die Befürchtung habe, dass sie vielleicht nicht ganz so krass sind wie aus dem ersten Update. Ich bin super gespannt, was uns erwartet. Das sind alles Produkte, die ich noch nicht benutzt habe. Auch nicht vorab schon irgendwie, sondern es wird wirklich so ein First Impression, sodass ihr auch nochmal einen anderen Blick mit drauf bekommt. Aber falls ihr das Video von Montag noch nicht gesehen habt, pausiert dieses Video kurz, drückt gerne einmal auf das Video vorher und kommt dann wieder hierher, weil wir hier wirklich ein paar Produkte haben. Das kann Volltreffer sein, das kann aber auch ein bisschen in die Hose gehen. Wir schauen einfach mal, was wird. In diesem Video verlose ich ein dickes Paket mit ganz, ganz vielen Produkten, die euch vielleicht Freude machen bei Pflege, bei Make-up, bei egal was ihr wollt. Kommentiert einfach die Anzahl der Emojis, die ihr in diesem Video seht, unten in den Kommentaren und ich würde mich auch freuen, wenn ich so ein bisschen was von euch lerne. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr gerne? Und warum seid ihr hier auf dem Kanal? Meine Base ist schon drauf. Wir starten direkt mit dem Produkt, auf das ich mich persönlich am meisten gefreut habe, als ich die gesehen habe. Und das sind die Bronzer Sticks. Ich habe hier drei Bronzer- bzw. Kontursticks und ich glaube, ein Highlighter-Stick. Ja, ich swatch die einmal schnell. Der Highlighter-Stick ist sehr fest. Wir haben den Bronzer-Stick in der Farbe 1 Karamell. Sehr gut, sehr, sehr kühl. In der Farbe 20 Mocchaccino. Schon deutlich wärmer, ne? Das würde ich eher schon fast als Bronzer-Stick empfehlen. Und die Farbe Brownie, die ist noch ein Stückchen wärmer und noch ein Stückchen dunkler. Also viele verschiedene Farben, mit denen man sicherlich einiges machen kann. Wir starten jetzt erstmal mit der Farbe, die hier am kühlsten ist. Das ist die Farbe 010. Und die setze ich mir jetzt einfach mal hier hin. Und wir schauen mal, was passiert. Wir hatten ja einmal schon diese Cream Cushion-Produkte hier von Montag. Und diese Palette, die wirklich sehr, sehr gut ist. Super, super cremig. Der Vorteil bei diesen Sticks ist, dass sie einfach ein bisschen flexibler sind. Ich blende mir den jetzt hier schon mal aus. Und das ging sehr gut. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht ein Stückchen zu fest sind und nicht cremig genug sind. Du musst halt in diesen Stick-Formulierungen einfach etwas drin haben, was ein bisschen wärmer wird. Deswegen arbeite ich persönlich am liebsten erstmal auf meiner Hand, sodass das Produkt auch ein bisschen warm werden kann. Dann kann man es hier ein bisschen runternehmen und hier einfach aufgetragen werden. Das ging sehr, 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 sehr gut, oder? Ich will jetzt nochmal so ein bisschen die anderen beiden Farben mit reinmischen. Ich blende das Ganze hier ein bisschen zusammen und gehe dann nur ganz leicht hier rüber. Einfach für ein bisschen Wärme. Ja, man sieht natürlich schon sofort, dass es ein deutlich anderer Farbton ist. Deutlich, deutlich wärmer. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Ich bin Ehrenfreund von Creme-Contour-Produkten als Creme-Bronzern in Stick-Form. Weil du einfach beim Bronzer ein bisschen grobflächiger arbeiten kannst, weißt du? Also es muss ja nicht so punktuell sein. Beim Kontur-Produkt, das kannst du nicht irgendwo hin machen, wo du willst, sondern Kontur muss an einer bestimmten Stelle sein. Bronzer kannst du ein bisschen grobflächiger auftragen. Das ist gar kein Problem. Hat aber sehr, sehr gut geklappt. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal einfach, weil es jetzt ganz gut passt, mit den Blush-Sticks hier rüber, um ein bisschen Farbe in mein Gesicht zu kriegen, um das Ganze ein bisschen aufzuwärmen. Das ist jetzt die Farbe Rosewood. Mag ich persönlich noch ein Stückchen lieber als Pink. Pink ist mir persönlich einfach ein Stückchen zu hell gewesen. Aber hier können wir einfach rübergehen. Zack. Und habe so einen richtig schönen Sun-Kiss-Look. Ich habe jetzt auch noch keinen Concealer aufgetragen. Das hat mich neulich jemand gefragt, warum ich das mittlerweile so mache. Ich arbeite erst mit den farbigen Farben, also Bronzer und Blush, weil ich damit einfach ein bisschen schmutziger arbeiten kann. Nicht ganz so fokussiert. Wenn ich jetzt schon einen Concealer drauf hätte, dann würde ich vielleicht zu hoch rutschen oder zu tief rutschen. So habe ich das Problem einfach gar nicht. Ich trage mir das Ganze erst so ein bisschen auf, schnappe mir dann den Concealer. Und mit dem Concealer blende ich ja auch schon automatisch hier wieder so ein bisschen rüber und habe dann einfach deutlich weiter, so weichere Übergänge. Probiert das mal aus, einfach die Reihenfolge der Produkte so ein bisschen zu ändern. Das macht schon wirklich einen großen, großen Unterschied, wie ich finde. Den haben wir letztes Mal aber nicht probiert, habe ich vergessen. Das ist die Cream Cushion Highlighter. Den gibt es in der Farbe Celestial 010. Das ist doch gar nicht so hell, wie ich gedacht habe. Gar keine Glitzerpartikel drin. Der ist einfach nur so nass. Gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen rüber. Oh, das ist schön. Das ist nochmal wirklich was ganz anderes, als ich gedacht habe. Bei den Highlighter-Sticks sage ich euch immer, arbeitet auf eurer Hand, weil meistens die Formulierung so ist, dass sie ein bisschen was kaputt macht. Oh, das ist schön. Der ist sehr, 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 sehr wet. Also wenn ihr einen Highlighter sucht, ich sehe keinen, nicht einen einzigen Glitzerpartikel. Der ist sehr, sehr wässrig. So ein bisschen Glass-Skin-Effekt. Finde ich ganz schön. Die Haut ist glowy, die Haut ist frisch. Ich fixiere das Ganze jetzt noch einmal hiermit. Das ist einfach das Fixed-Matte-Puder. Habt ihr neulich auch schon gesehen. Denn wir haben gleich ein Produkt. Daher bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt hier einmal so ein bisschen rüber. Ihr seht, wie schnell das geht. Einfach mit so einem großen Pinsel. Weil es gibt ein neues Produkt. Ich weiß nicht, ob das in der L.E. war oder so. Vielleicht habe ich das vergessen. Das ist das Chocolate Bronzing Loose Powder. Wir lieben Loose-Puder. Sie sind einfach super schön auf der Haut. Sie funktionieren sehr gut. Als Bronzer kann das aber echt ganz schön in die Hose gehen. Wenn man zumindest nicht geübt ist. Verpackung. Sehr, sehr schön. Die kennen wir. Oh, es riecht... Oh, ich liebe diesen Chocolate-Geruch von Riverdash. Es riecht wirklich sehr schockend. Ich könnte auch Kakaopilber sein. Oh ja, toll. Ich sag mal so. Ich würde jetzt fast sagen, dass das vielleicht auch ein Fixing-Puder sein kann, falls ihr ein dunklerer Hauttyp seid. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Mit dem fluffigen Pinsel gehe ich da jetzt mal rein. Arbeite auch erst in die Hand, damit das Produkt wirklich in dem Pinsel ist und nicht zu viel wird. Okay, warte mal. Cool, es geht aber doch ganz gut. Warte mal. Da seht ihr das? Ist gar nicht so warm, wie ich gedacht habe oder befürchtet habe ja schon fast. Dieser Duft, ne? Oh. Also, ich sag mal so. Es hat deutlich besser funktioniert als gedacht. Ich gehe jetzt mal mit dem selben großen Pinsel hier rein. Damit kann ich einfach ein bisschen grobflächiger arbeiten und das ein bisschen einfacher verblenden. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so overall ein bisschen gebräunter sein möchte. Du kannst... Also, ich empfehle euch damit nicht punktuell zu arbeiten, sondern wirklich eher so ein bisschen grobflächiger, weil du dann einfach nicht die Gefahr läufst, dass es fleckig wird. Es ist gar nicht fleckig geworden. Es ist ein sehr, sehr schönes, schon fast so ein bisschen so ein oliviger Bronzer-Ton. Hätte ich nicht gedacht. Du kannst damit aber auch vielleicht einfach dein loses Fixing-Puder einfach ein bisschen dunkler machen, ne? Wenn es dir vielleicht doch zu hell ist oder so. Hat das sehr, sehr gut geklappt. Wow. Ihr habt es ja alleine schon auf der Aufteilung der Videos gemerkt, dass ich das erste Video eher so ein bisschen... Da weiß ich einfach, dass es gut funktioniert. Hier dachte ich, das könnte ein bisschen schwierig werden. Das hat sehr gut geklappt. Der Geruch ist halt einfach... Oh. Ich möchte mich da reinlegen. Das riecht nach Schokokuchen, Vanille und Karamell. Wie aussehe, ne? Kann ich mir gut vorstellen, wenn man hier mal so ein bisschen den Hals vielleicht ein bisschen bräunen möchte oder so. War wirklich... Wirklich gut, oder? Jetzt wird es aber schwierig, denn... Wir haben das hier. Wir haben ja einmal den Brow Laminator. Das ist so ein Gel, so eine dicke, gelige Paste. Wir haben aber auch den Brow Glue. Brow Glue für perfekt fixierte Augenbrauen mit ultra starkem Halt. Erinnert uns halt schon sehr stark an Gatubi, aber das von Gatubi mag ich halt nicht. Riecht jetzt auch nicht so danach. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Du hast halt den Vorteil, ne? Das ist schon ein Bürstchen mit dabei. Du hast auch immer ein bisschen mehr Spiel, die Augenbrauen zu fixieren. Du kriegst sie aber nicht so laminiert wie mit dem anderen. Ne? Wird klebrig. Ich glaube, das ist einfach so eine Präferenz, die jeder hat, ne? Also entweder du magst halt lieber so einen Glue Stick oder so ein Gel. Ich mag einfach so ein Gel ein bisschen lieber. Drück es ein bisschen an. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es weißelt. Das ist immer die Gefahr bei diesen ganz flüssigen, ne? Weil die anders fixieren müssen. Aber auch vielleicht so für ein Babyhärchen oder so. Kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also, ja. Da kann ich euch jetzt natürlich noch keine Review geben. Das stelle ich euch hiermit erstmal nur vor. Ich bin aber begeistert von dem Bronzer. Die Base sieht schon wieder aus wie eine teure Base. Eine Sache, die ich euch gerne noch mit auf den Weg geben wollen würde, für alle, die traurig sind, dass es meinen Eyeglaze nicht mehr gibt. Es gibt ihn wieder. Das ist der Eyeglaze. Der leichte, ultra glänzende Eyeglaze setzt faszinierende Schimmerakzente. Das ist dieser fast schon lose Glitter in diesem unglaublich krassen Reflex, den es ja auch in meiner Kollektion schon gab. Sie sind da. Und was ich auch noch nicht probiert habe, ist die Candyland Palette. Das ist aber auch üblicherweise jetzt nicht unbedingt die Palette, wo ich sage, boah, das ist jetzt meine Palette. Die ist schon sehr, sehr bunt. Die erinnert mich ein bisschen an diese Natasha Denona Pastell Palette. Wir gucken mal, was wir draus machen. Habe ich jetzt nicht so viele Erwartungen dran, wenn ich ehrlich bin. A, weil ich einfach Pastellfarben nicht so gerne mag. Und B, weil ich da einfach auch... Das fällt mir immer sehr schwer, der Looks draus zu machen. Das wird jetzt, glaube ich, kein schöner Look. Wir probieren es jetzt. Wir gehen mal in die Farbe Petal. Das ist eine Pastellpalette halt. Also, die hat schon Bums, die Farbe. Ist schon eine schöne Farbe. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Dior-Farbe. Wir probieren jetzt einfach mal aus. Ich probiere jetzt mal von rosa zu blau zu blenden. Das ist ja fast schon eine Gender-Reveal-Party auf meinem Auge. Und außen in die Farbe Sky Glow. Deutlich dunkleres Blau. Ja, also die Pastellige Farbe... Also das Blau ist ja zum Beispiel sehr, sehr gut pigmentiert. Das Problem bei Pastelligen Farben ist, dass der Weißanteil halt einfach so hoch ist. Und je nachdem, welche Hautfarbe du hast, dass es eher rauskommt oder halt auch nicht. Mir gefällt die Ruby-Palette einfach besser. Oh, Buttercup sieht auch... Oh, Buttercup ist krass. Warte mal, warte mal. Oh, Buttercup ist toll. Das ist eine tolle Farbe. Die ist ja schon... Das ist so ein Zitronengelb, aber sehr hell. Und dann haben wir so ein paar Topper-Shades, die einfach nur so ein bisschen Glow mitgeben. Ja, ne, auch die Entfernung verliert sich die Farbe dann immer so ein bisschen. Aber das ist okay. Das sind halt Pastellfarben. Wir haben die Mighty Volume Mascara auch noch in schwarz. Ich habe sie ja in braun am Montag benutzt. Das Bürstchen ist ein sehr, sehr großes Bürstchen. Die macht schon krasse Wimpern. Also die macht sehr dicke, sehr lange Wimpern in schwarz. Sie gibt es in braun. Ich persönlich mag braun lieber. Aber in schwarz ist sie auch da. Und man sieht dann auch schon einen Unterschied. Ja, ich glaube, das waren wirklich alle Produkte aus dem Update, die ich habe. Es gibt natürlich auch noch Nagellack und so. Die habe ich jetzt nicht, weil diese Hand ist einfach nicht so mein Vibe ist. Ich glaube, dass da wirklich viele Produkte dabei sind, bei denen wir sehr traurig sein werden, wenn die einfach nicht mehr im Sortiment wären. Pastellpalette ist nicht so meins. Hiervon bin ich sehr überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass das so einfach funktioniert. Ich glaube, ihr habt aber für eure Base, gerade was diese ganzen Contouring-Produkte angeht, hier einen absoluten Volltreffer. Die Blushes, schön. Under Air Powder haben sich viele gewünscht, dass es ins Standardsortiment kommt. Eine braune Mascara habe ich mir persönlich gewünscht. Und so ein paar kleine Spielereien, die definitiv die Theke bei Rivalazmi aufwerten werden. Ich bin super, super gespannt, wie eure Meinung zu diesem Update ist. Für mich ist das, glaube ich, das beste Update bisher, weil es einfach super on Trend ist. Also es sind genau die Produkte, auf die viele warten, für einen super guten Preis. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns am Freitag wieder, dann ohne General-Reveal-Party auf meinem Auge. Bis zum nächsten Mal.